Nicht bumsen. Wir wollen nicht bumsen, dass die Lampen von der Decke fahren. Ja, hey Leute, hier sind wir wieder. Habt ihr uns vermisst? Oh nein, Mama, deine Hände. Kann man sich ja nicht mal mit angucken. Hab ich ein Tor gemacht. Jetzt hier einmal lachen. Wollt ihr mich verarschen? Geh weg, geh weg. Ich will dich gar nicht mehr sehen, du. Was hast du gesagt? Was hast du über meine Mama gesagt? Jetzt beruhigt dich doch mal. Äh, der haut dich nicht sofort. Ja, der hat nichts getan. Also die Musik ist irgendwie geiler als das Spiel. Was machst du denn hier? Äh, ich bin die Torhüterin. So, jetzt noch ein bisschen zurück. Ein bisschen kleiner Geruchscheck. So. Hüpf. Hüpf. Ja, Flipp, du bist der Geilste. Wir lieben dich. So, will jemand mit in den Coffeeshop kommen? Äh, natürlich zum Kaffee trinken. Ja, ich... Ja, ja, ich komme auch mit, ja. Ich lasse dich gehen, aber nur, wenn du mir was mitbringst. Hey, warte mal. Du hast einen Fussel auf deinem Shirt. So, Leute. Und ich präsentiere euch jetzt unsere neuen Stürmer. So. Maka, hau rein. Ich will ja nichts sagen, aber der ist gut. Den nehme ich sofort. Oh, meine Güte, ist das anstrengend. Oh, upsie, sorry. Tut mir leid. Oh, was macht der Trottel denn da wieder? Mensch, soll doch... Ja, 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 ja. Denkt ihr mir, ihr seid so schlau. Aber wir haben auch einen neuen Stürmer. Haha, der ist viel besser als eurer. Es ist fett wie ein Thorough. Und so, kann ich sagen mal, der ist da und so. Klatscht ihr jetzt mit mir ab? Hey, gib mir den Ball, gib mir mal den Ball. Ich habe eine geile Idee. So, Leute, guckt mal, ich bin schwanger. Ne, 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 äh, äh, geil, oder? Hallo, Leute, ich bin die Sabine und ich soll heute hier spielen. Hallo, Sabine, du bist aber ein steiler Zahn. Ja, toll. Rot, weiß, essen, f***, nun vergessen. Hehe, hee, hee, hee. Ja, also pass auf, du bist ja hier neu, also erkläre ich dir erstmal die Regeln. Der hat ihm aber jetzt wirklich nicht im Ernsthaft erklärt, wie die Fußballregeln sind, oder? Wo kann man sich denn mal hinsetzen hier? Ach so, ja, hier, ne, auf die Kiste. Oh, Holla, das war mal eine Nacht gestern. Ja, danke, dass du mich nochmal mitgeschleppt hast, du A-Koffer. Oh, hier sind wieder Leute, die eine Schische rauchen. Ich kann gar nichts... Oh, ah, Regen, ja, das tut gut, ich hab länger nicht geduscht. Ich bin der Erste am Kasten und darf mir die Schnapsfaschen nehmen. Hehe. Und der Adler, der Adler, der trank den ganzen Abend nur Radler. Fiederallall. Ähm, ich glaube, der sitzt auf meinem Stuhl. Ach, du weißt das doch gar nicht. Also pass auf, ähm, na, wie soll ich das... Äh, so, jetzt erst mal die Brille aufsetzt. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ich mit mir zum Fußball gehen. Und dann musste ich ihn wirklich an den Ohren hierher schleifen. Liebe Mama, ich säge gerade an Klaus' Stuhl. Wie findest du das? Seriously? Tennisbälle? Sag mal, Leute, habt ihr sie noch alle? Ich komm, wir sind beim falschen Sport. Wir spielen hier mit größeren Bällen. Oh, hat jemand was gegen alles? Ihr seid wohl neu in der Bundesliga und wisst gar nicht, wie das funktioniert, hm? Iiiiih, da rollt ja ein Ball vorbei. Hier sind wir. Was machen wir hier? Und warum... So, ich ärgere mal den Trainer und nehme jetzt einfach mal die Krücken weg. Hey, geil, dann kann der sich nämlich nicht aufregen. Dann kann der nicht aufstehen. Hey, super, der hat ein Tor gemacht. Unser kleiner Japaner hier. Ja, unser kleiner Japaner hier. Oh, Schiri, du jetzt. Überleg dir das doch nochmal. Nein, nein, das gibt eine gelb-rote Karte. Oh, Schiri, bitte. Ey, nicht antwassen hier. Ja, sonst gibt's doppelt rot und doppelt gelb. Halte, vors Gesicht halte. Und mich ganz schnell drehen, da wird mir voll schwindelig. Aua, scheiß Mücken. Zieh sofort die Hose wieder hoch. Also, pass auf, wenn ihr uns gewinnen lasst, dann gebe ich dir ein Bier aus. Ja, okay, das ist ein Deal. Okay, das ist ein Deal, alles. Ja, wie, was? Einwechslung? Ich hab doch noch gar nicht meinen linken Schuh angezogen. Lass dich mal knudeln. Hilfe, dieses hässliche Maskottchen will mich ermorden. Hilfe. Wenn ihr euch ganz, ganz schnell im Kreis dreht, dann wird euch schwindelig. Geil. Weißt du, warum spielt ihr denn schon? Jetzt wartet doch mal. Hallo, ich hab meine Schuhe noch gar nicht angezogen. Mann. Ja, guten Tag. Also, hier kaufe ich meinen Sohn auf Ebay. Der ist doch recht gut erhalten. Fünf Jahre jung. Ist schon trocken. Brabbelt aber die ganze Zeit. Ziemlich viel blöd. Das höchste Angebot gewinnt halt. Das startet bei einem Euro. Ja, hier nochmal. Sorry, dass der Spieler dir das Nasenbein gebrochen hat, indem er dir den Ball voll ins Gesicht geschossen hat. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ist Schluss jetzt mit dem Scheiß. Ich hab keinen Bock mehr. So, tschüss. Und Karisama Dichter. Danke für Ihre Art Arbeit. You Sucker. Peace. Wir spielen hier mit größeren Bällen. Hehe, größere Bälle. wir inあっem nicht Lopez sind. Vielleicht läuft mal auf die Welt. Na das in 98'em war. Und jetzt geht losаны Cruze only. Schema rein. Ich hab keine See. Aber 의 ricnya.